Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Mai 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Neuss. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, sowie einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 62 Quadratmetern. Die monatliche Pauschalmiete beträgt 650 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.